Dann ist mal nachladen eben kurz, denn ich denke hinter diesem Raum, da beginnt auf jeden Fall was, was mehr als unschön ist. Alles schön hier nachladen, ist egal, Strahlmunition brauchen wir nicht unbedingt. Mal schnell die Bench aktivieren, vielleicht können wir da noch irgendwas skillen. Zum Beispiel fürs Impulsgewehr. Kapazität. Ja, wir haben jetzt drei Punkte, dann gehen wir mal hier auf Kapazität. Mal Plasma Cutter, können wir auch nochmal auf Kapazität gehen. Ja, machen wir das einfach, komm. Jetzt passen wir immerhin 20 Schuss in den Plasma Cutter, das ist ja schon eine Menge, sag ich mal, so im Vergleich zu... Okidoki. Ich probiere mein Bestes. So, aber erstmal saven wir jetzt noch. Bevor hier jetzt der richtige gruselgrauen Gänsehaut-Alarm beginnt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt noch ein Riesenvieh oder sowas eliminieren müssen, was den Marker vielleicht beschützt. Wer weiß das schon. Und ich hoffe, wir sind hier ausgerüstet genug. Möge der Tanz beginnen! Kapitel 15. Das Ende. Nach Riesen gesehen, ich bin auch mehr als asozial. Können wir direkt nochmal Munition holen? Ich glaube, das reicht gar nicht. Da hätten wir wahrscheinlich unsere ganze Kohle opfern können. So, hier. Erstpack. Zack. Bin jetzt hier mal lang. Okay, da vorne müssen wir hin. Ach, nö. Da ist ja nicht einer von denen, ey. Bei denen bringt es eigentlich nur die Beine schnell ab zu zimmern, ey. Und dann weiter hier durch zu sprinten. Einfach weiter, einfach weiter. Isaac, lass dich nicht aufhalten. Jetzt Tür zu, komm. Komm. Oh, verdammtes Tricks, Vieh! Okay, weiter, weiter. Boah, jetzt wird es aber richtig heftig hier. Schnell das Midi-Pack nehmen. Ey, hier gibt es keine Ruhepause mehr. Ach, der ist schon wieder. Ah, der ist echt der nervigste von allen hier. Auf die ganze Scheiße hier einfach bei mir. Nein! Nein! Autsch, Medi-Pack. Boah, wie viel Munizierung ich hier verprasse, ey. Das ist immer, Mann. Weiter. Renn, Isaac! Woohoo! Tür geöffnet. Komm schon, komm schon, geh auf! Nein! Nein! Alter! Alter, das nimmt ja kein Ende mehr hier. Munition brauchen wir auf jeden Fall. Hier alles, keine Käse öffnen. Zack, 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 komm schon. Scheiße, genau deswegen wollte ich schnell da durch. Einmal Einmal reinwerfen, so Medikit. Dann haben wir noch Strahlmunition. Ich denke mal, hier müssen wir lang, oder? Okay, kann sein, dass wir das vergessen haben. Aber ich muss jetzt weiter, ich muss jetzt weiter, ey. Oh! Scheiße, wir hätten uns vielleicht nochmal Stase holen sollen. Ich habe keine Stase mehr. Ist gar nicht gut. Den Zwecker. Nein! Komm, Türe auf. Hört mir die Türe schon mal vor. Komm rein! Ah, nein, nein, wir haben die Türe verpasst. Wir haben die Türe verpasst. Boah. Textlock, den lese ich euch jetzt gerade nicht vor. Sorry, Leute, aber ihr versteht sicherlich wieso. Ah, hier ist ein Speichermuss. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Speichern. Speichern. Speichern! Ich will speichern! Uiuiuiuiuiui. Oi, 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 oi. Javi二. Kapitel 15. Das letzte Kapitel. Kurz vorm Finale nochmal schnell speichern. Mein Gott, ist das der Horror. Also das ist auf jeden Fall das heftigste gerade. Abstand. Haben wir hier noch irgendwas rumfliegen, was wir gebrauchen könnten? Können wir nicht viel gebrauchen. Wie viele Medipack haben wir noch? Eins nur. Oh. Oh, 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 oh. Müssen wir trotzdem einwerfen. Ey, dieser Typ, ne? Der geht mir so auf den Senkel. Muss ich lang? Da vorne? Okay. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. So, bleib du mal schön da hinten. Okay, was jetzt? Was jetzt? Ich bin hier auf der anderen Seite und was muss ich jetzt hier machen? Hä? Wir sind verlaufen. Aber da muss ich rein. Alles klar. Okay, dann weiter. Durch die Dore! Oh Gott, ich hab so eine Panik, okay. Zum Marker! Ein bisschen zum Marker. Schauer! Oh Gott, war jedes Leben... Jedes Leben wird, das wir verloren haben. Taitman! Fuck! Ach, kacke, ey. Was ist denn da jetzt passiert? Junge, junge, junge. Also, da ist sie. Es lohnt sich auch echt mal zu sterben in dem Game. Alleine wegen dem Sterbes-Siegen. Das ist ja so geil. Müssen wir direkt draufholzen, oder was? Ja, da kann ich doch gar nichts machen. Ehe drücken. Ja, was kann ich denn da jetzt machen, Leute? Bitte schön, Leute von heute. Ich wüsste ja, wenn ich jetzt schon eh weiß, dass er ist. Gabe's infiziertes Fleisch ist bei vielen Gegnern eine Schwachstelle. Ja, das haben wir rausgefunden. In diesem Spiel. Ja, wollen wir mal gucken, was wir denn jetzt hier machen müssen, eigentlich. Nein! Das Erforschen des Markers war jedes Leben wert, das wir verloren haben. Ah, ihr drücken. Komm, schnell, 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 schnell. Ich lasse nicht zu, dass Sie das alles wegwerfen. Nein! Nein, nein! Missgeburt! Was passiert denn jetzt? Na, soll ich den Kopf wegschließen? Ha, ha, ha! Konnte man sich noch aussuchen, wie man ihn riecht, denn Leute! Okay, jetzt wird der Isaac endgültig verrückt, oder was? Danke, Isaac. Jetzt ist es eine Zeit, zu sterben. Was? Was? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber was Ross sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe ihnen vertraut. Ich pfeife auf sie und auf ihren scheiß Marker. Nimm das, Nicole! Du alte Schlampe, du Verräterin, du Dreckige. Eine Erscheinung des Markers. Eine verdammt tödliche. Boah. Scheiße, was ist jetzt los? Nein, jetzt. Ein Bullfrog 4. Nein, brauche ich nicht. Oh mein, oh mein, oh mein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Backe, durch die Backe, Harpune, durch Backe, oh Backe, schalte Infektors schnell aus, bevor sie Leichen in Necromorphs verwandeln können. Ja, Infektors sind auch echt unangenehm, aber lange nicht so unangenehm wie jetzt hier diese abgedrehte Nikol. Natürlich wurden wir wieder verraten, natürlich, das Spiel besteht fast nur auf Verraten. Komm, wir gehen jetzt mit dem Ripper, bis die Muni sparen, bis die Kinder kommen. Ich stelle diesmal hier in der Ecke. Wir dürfen den Nikol auf jeden Fall in den Zunat sehen. So, das habe ich mal schnell mitgenommen. Mal unterwegs nachladen. So. Komm schon. Jetzt brauchen wir den Fullstrike-Ziele, weil jetzt kommen die ganzen Kinder angelaufen, die Schattenkinder. Kinder des Schattenkinder. Oh, Backe, au Backe, au Backe, Achtung, Achtung, Achtung. Nein, da ist sie, da ist sie, nein. Ey, das ist doch ein Witz. Dass sie auch noch direkt neben mir gefahren ist. Boah, was für ein Einkampf. Also ich glaube, ich muss das jetzt mal checken. Vielleicht kommt die Nikol halt auch immer wieder. Müssen wir jetzt mal gucken gerade. Also erstmal, wir schön alles nachladen, solange die Nikol hier rumeiert und nicht diese Kinder auch noch rumeiern hier mit uns. So, da bläst du nämlich immer was auf. Seht ihr, wenn ich die Nikol treffe, bumpt das auf. Dann muss ich vielleicht, ja, genau das ist es. So läuft es. Nichts anders. Mann, Kinder, ey, ihr seid so ätzend. Und diese Schattenkinder sind ja noch hässlicher als die anderen. Na gut, ich kann sie ja nicht mehr sehen, aber. So, nochmal die Koi hier. Danach erstmal einsammeln schnell. Im nächsten Punkt. Dann können hier auf jeden Fall Muni und was weiß ich was alles gebrauchen. Boah, ist das ein Kampf, das ist der Wahnsinn. Ja! Geil. Daugos. Deheben. Geil. Daugos.